Hallo und herzlich Willkommen zurück zu SMILE! Ich bin Mr. Gandalfi, Alice, playing this Kaninchen. Und mit dabei ist BigJoe. Hallo. Frankarus. Hallo. Alex. Hallo. Und Knotte. Hallo. 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 Na? Seid ihr alle da? Ja. Yes! What's up? What's up? Ja, scheiß auf Beats. Ero, das kann ich eh nicht treffen. Ich glaube, ich hole mir auch keine Beats. Er wurde wahrscheinlich eh nicht treffen, also runter. Ja, klar, Kampf für den Käfig von Odin. Achso. Ach, okay. Weil da ist kein Bock. SKP, kannst du da nicht mit deinem Jump rausspringen? Eigentlich ist es. Nein. Weiß ich nicht. Kann man? Weil das wurde hier überarbeitet. Damit kannst du, glaube ich, drüber springen. Nein, sag das jetzt nicht. Ich glaube, mit Hoji kannst du drüber springen. Ja, mit dem eh. Fresse. Fresse, das will ich jetzt nicht hören. Probier es gleich aus. Wenn du es machst, dann hast du noch einen Blink für alle Eventualitäten. Ja, genau. Können wir alle mal lachen oder? Eigentlich geht das mit dem. Dann kann ich von hinten dann greifen. Genau. Alter. Ja! Ja! USA! 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 Ja! Ja! Und nicht mal getroffen, obwohl ich gar nicht hingeguckt habe, was der macht. Alter, fällt so laut. Was ist das nur für ein Mensch? Du bist wahrscheinlich ein Hubsetzgegner. Du bist wahrscheinlich ein Hubsetzgegner. Du verstehst. Ja! Aber nichts nachlegen. Ja! 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 Geholt, ey! Das ist mal fies. So hat er denn keinen Blink. Das ist das erste was man machen sollte in Asult. So ein Odin ist auch ... Achtung! Odin ist da! Aber ohne Blink. Okay. Was ist das denn für ein Held? Ich kann ulten also ulti ich. das ist die weiterentwicklung von ich denke also bin ich kann das also mache ichs weiß nicht ob kant das vorher gesehen hat das war ja die card ja kant hat ja gesagt hat die fünf fragen gestellt vier fünf vier vier und den kategorischen operativ das sah lustig aus ja das ist vier mal wer bin ich was darf ich was soll ich was kann ich wissen was darf ich hoffen was muss soll ich tun und was ist der mensch mein gott getroffen der bietstufe 1 das ist übel er trifft aber gar nicht ne ist ein held das ist ein richtiger Held da kann mir jemand sagen was das für Teile sind die Apotheke die was was soll das darstellen Bänder bunte Bänder das sind bunte Bänder das ist männlich was gibt es männlicheres als solche bunten Bänder ja nichts siehste ich glaube die benutzen den Pängel hier auch nichts anderes für sollten ja oder mit Einhörnern ja ja so die Regenbögen kotzen Udin komm hallo so jetzt will ich es auch mal probieren oh Mist oh Gott da haben sie mich zerlegt äh Fenrir kommt gleich runter aber ich bin tot was war das jetzt was ist das für ein ein und Alli komm und du schlägst oh guck mal wir leben noch das war ganz ähm der die Aktion war irgendwie bisschen seltsam hab ich das Gefühl aus ja du hast dich dann hier in den anderen hier reingestellt weil ich dachte die stellen sich da alle jetzt rein und heilen sich das wollte ich nicht das war das ich brauch Leben auf mein Weg auf mein Weg auf mein Weg ich hab mich nicht das Wort weg ein ich hab mich nicht nicht ich hab mich nicht er ist ja 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 das ja seltsam ja Oh man... Ich werde mich mehr antäuschen, ich werde mich mehr antäuschen. Ja. Ich hoffe, dass wir reinlaufen. Time to blow your mouth right in front of your face! Ja, wie kann es sein, dass wir noch keinen Kill haben? Keinen hier? Hallo! Keinen Kill, meinst du jetzt? Keinen. 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 Das Kills, wenn immer bewertet. Hat der Fanregal überhaupt irgendwen getroffen? Ja, mich. Wie sieht alle noch so frisch aus? Was ist denn passiert? Ach komm. Nein! 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 Schade! Das ist ein Rechner-Gerde. Na komm, rauf da! Boah! Kein große Schmau, ich dachte mir nicht in die... Ich habe schon lange keinen Kronos mehr gespielt. Das ist meine Ausrede. Der ist aber weg. Nein! Du legst jetzt hier sofort einen Panther raus! Nein! Ja, dann schützt wieder gleich. Ich habe gerade festgestellt, wir haben noch keinen Kill. Geil. Jungs, dann müssen wir mal ändern hier. Ja, gut getroffen. Ja, die haben es auch leichter. Ich meine, die haben einen Warrior und das macht es deutlich einfacher. Das stimmt durchaus. Allein deswegen liegen wir hinten. Das ist der einzige Grund. Das stimmt. Komm und geh mich, Big Bully! Ich kann mal gucken, wie lange ich noch durchhalte. Ich glaube ab 6000 gehe ich zurück. Nein! 2300 habe ich schon. Ja, endlich! So! Das kann echt rausspringen. So eine Scheiße! Das kann echt rausspringen. So eine Scheiße! Ich habe auch nicht getroffen. Ja, du hast einen Kill! Guck mal, ich bin low! Ich bin leicht zu haben! Du bist leicht zu haben? Aha! Was ist das? Hat einen Moment gedauert, aber... Aha! Schreibt an folgende Adresse! Das Internet hat euch echt verdorben. Er sagt, dass das Internet war. Das soll ganz gewesen sein. Ja, genau. Es gibt keine alternativen Möglichkeiten. Nee. In der heutigen Welt nicht. Ja, genau! Mir ist letztens aber auch passiert, dass ich über einen schmutzigen Witz lachen musste. Und in dem Moment dachte ich so, oh Scheiße, jetzt hast du dich verraten. Du weißt, wovon die Rede ist. So. 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 Fangen aus? Weißt du, wenn du keine Lust hast mit uns zu spielen, dann sag's einfach. Ja, ja, das sagen sie alle. Ich hab die matchmatisch lange wieder verlassen, das ist so schön. Ja. Na ja, gut. Das ist nicht. Also dauert es noch etwa 15 Minuten bis du wieder da bist. Komm und hol sie! Ich bin langsam. Das meint es da ja sehr gut in der Hinsicht, dass man das Spiel schnell beenden kann. Wenn das nicht funktioniert. Nur mit dem wieder starten ist das dann so ne Sache. Ah, stimmt. Hui, hui. Deswegen heißt er so. Hui, hui, hui. Genau, macht nämlich hui und ju. Boom. Das ist ja zähes, Mädchen. Ja. Ja. Ach, ne, das ist nicht schön. Müssen wir irgendwas lustiges machen. Ja. Bist du wie der Ra, aber schon so in die Richtung. Dafür hast du jetzt geultet. Ja. Ja, ulten wir mal, genau. Oh, das ist doch ein paar. Ja, das bringt doch was. Einfach mal was lustiges machen. Ja. Andere, andere. Röten. Ach, Mensch. Ich war mit in den, oh, ich wollte mit da rein. Oh Gott. Oh, wir haben ihn nicht gefehlt. Oh ja, du hast ein Schild. Danke, dass du meine Statue kaputt gemacht hast. Ey, hat mal wen getötet mit der Ult? Wey. Er hat wen getroffen. Alter, das musst du markieren und auf der Karte... Nee, nicht auf der Karte, auf der... Oh nein, falsche Richtung, falsche Richtung, falsche Richtung. Auf dem Kalender. Genau, so ist das Teil. Okay, äh, ja. Wurzeln machen kann ich grad nicht, außer... Ja, wieso nicht? Außer deinen Ninja abchargen. Ja. Woran lag's? Ich hab grad keine Ausrede parat. Boah. Ich wollte einkaufen, genau, das war der Grund. Genau, das ist gut. So... Killing screen. Not like this. Curse. Oops. Your middle tower has been destroyed. Please. No. Come and get some. Das ist mal Anti hier. So sieht das aus. Ja. Ja. Kaboom! 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 Basta! Mingo. There we go. Come and get some! Yeah, baby! Silence. Ha 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 ha. Wehehe. Come and get some! Okay. Das war aber gemein. Das sah aber sehr gut aus. Da freut er sich. Das war wirklich witzig irgendwie. So, jetzt können wir mal richtig kranieren. Es geht bergauf. Sehr schön. So macht man das. Hast du zugeguckt, Ra? Gegnerische. Ja. Oh, du warst. Ja. 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 Ja, ja. Ja. Da geht's wieder. Da geht's wieder. Kapoof! Komm her! Danke! Danke! Du bist willkommen. Hey. Komm her! Komm her! Komm her! Nein, ich komme da nicht rein! Ups! Oh oh! Endereich. Ich lese gerade, wir müssen falsch einen Typ um einen super starken Wachzug... Nein, nein! Eine Sekunde früher! Verdammt! Fire Giant, ja. Das ist eine gute Idee. Den könnten wir mal töten eigentlich. Gold hat ja auch eine gute Idee. Genau. Wir werden doch hallo! Hehehe. Oh, ich komme mal per Taxi. Komm mal per Taxi. Ja, du kannst den Tauern nicht heilen, mein Freund. Das bringt dir nichts. Das sagt wer? Ich sage das! Was? Let's go! On my way! The heat bears down upon you! Ich sollte... Wir sollten gehen. Wir sind doch schon wieder da. Hallo! Dann können wir mal wieder umdrehen. Ja. Es ist nicht so, dass er Stufe 12 ist und so. Keine Eintracht. Die anderen sind doch auch nicht viel höher. Ich denke mal halt auch ein bisschen Gold. Ab erst 5 Tonnen. Ha! Radas hat's gekitzelt. Es ist weh nicht, wenn man's mal so sieht. Ha! Ja, Baby! Es sieht mal so viel aus. Komm und krieg's! Danke! Du bist willkommen. Kein Problem. Wir alle One-Shot. Ja. Alle. Ich würde ihn ja nur mit seiner Ult mal treffen, würden wir alle tot sein. Das ist so wie Lotto spielen. Vielleicht hofft er auf einen Penta und... Na ja, gute Chancen sind halt nicht besonders hoch. Aber er haut's raus. Ich glaub, wir sollten nicht so zusammen sein, falls der Olin rein springt. Jo. Von den Rasen weg. Ja. Und die anderen seht hier, ist vielleicht das mit den Ausgleichen nicht mal kurz weg. Genau. Es ist... Es ist das Handicap-System, was wir vor ein paar Folgen schon mal besprochen hatten. Bin ich nicht gut? Ja, das ist fantastisch. Wäre ich nicht gelöftet, wäre der Gegner auch nicht gelöftet. Ja. Genau das ist es. Watt, schon wieder? Hör mal aufs Ulten, der Freund. Haha. Hat ja sehr lange... Sehr schön. Oh. Oh, das ist Olin. Warte, greift ihn nicht an. Oder? 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 Ja, oder? Hat 6000 gewonnen. Nein, der hat's echt überlebt. Das gibt's echt nicht. Ich dachte, der Größenwahn sind nicht. Nein, nein, nein. Kurzzeit käme an Tower. Zeit ist auf der Schaden. Dein Team hat eine mittlere Flasche verloriert. Oh Mann. Jetzt habe ich mich erschrocken, weil er auf einmal vorgestanden hat. Unreflex. Schade! Das war jetzt ein bisschen wie bei Harry Potter am Schluss, wo sie so gegenseitig mit den Zauberdingern da... Mit den Zauberdingern? Ja. Diese Zauberdingern da bei diesem Henry Porter. その... Henry... Henry. Diesem komischen Typ da in dem... in der Irrenanstalt. Mhm. Nein. Immer wenn ich zu ich zurückgehe, stück das ganze Team mit. Also lass jetzt. Nein, ich hab mir Fan-Biebe. Er kriegt ihn alles. Er hat einen guten Steffen. Ja? Ah, hat er mich doch erwischt. Herr Gerritter! juah! Nicht was der Essen! Alte, der hat Minions getroffen. Ist auch wichtig. Einer muss das ja machen. Ha jaφ! Tschüss Da ist er! Oh mein Gott! Muss ich mal ganz kurz stehlen! Ich hab 7000 Gold! Ich hab auch 6400! Vorsicht, der Rabe bestimmt ult! Uah! Alter, nirg bloß nicht, bitte! Riech Angst! Ein Ra-Ult! Da ist er! Ohhhh! Ohhhh! Ach shit! Äh! Sehr schön, ja! Was war das in so Blindenbox, ey? Du stand eigentlich daneben, aber okay! Oh, oh, oh! Ich wollt einkaufen gehen! Ich hab 7000 Gold! Ja, auch! Komm! Danke! Du bist alle recht! Okay! Jetzt ist killfreulich drauf! Das ist schon... Jetzt freuen sie sich! Sie ist, ich hab Menschen glücklich gemacht! Du bist so... du bist so toll! Ne! Das war im Kill-Stil! Hoh ho! Was? Wir haben 1. Kill! Hier drin heilen geht übrigens nicht! Ah, stimmt. Schaden wir aber auch nicht! Mach dir Schaden! Scheiße, Stun... Ich... So... Äh... Du kannst gehen, UFA! Na, komm ich nochmal an? Oder macht er den Phoenix? Ne, den Titan... So heißt das Teil. Nein! Er ist in der Sekunde hochgesprungen, der Halunke. Der Halunke? Halunke? Die Dreckige Schüft! Oh, und die Liaison mit Karo, meine Schwester! Was? Ja! Das passt zu... Ja, das ist so. Von Amicelli oder sowas, ne? Äh, aber... Ich hab keine Ahnung. Ist das nicht da, wo die... wo die drei Mädels vom Fernseher sitzen? Und ähm... Genau, und dann gucken sie das. Ah! Oh, weiß er nicht! Hitbox, please. Der Hitbox wird zeitlos. Okay! So, ich wer? Doch! Dafür war der Combo-Blink doch ganz nützlich. Das war... Das war... Das war... Die Stelle war's... Die jetzt... Auf die... Ich wusste, dass das kommt. Ja, nee, klar. Oh nein! Sehr geil, Alter! Komm, lass jetzt ihn wohl. Ach... Ja... Hey! Da holt mich getrunken. Sehr schön. Los, hol den Penta! Hm? Hinterher, los, lauf! Nur noch Odin ist da. Geht's doch das auch nicht. Was für ein Passiertes? So, meine Kick rein. Diesmal. Los, den Penta kriegst du noch! Ja! Los! Hahaha! So wie da zu! Hahaha! So wie vorhin hast du mir auch einen Penta. Ja, genau! Haha! Vielen Dank bist du schon und danke an das... Handicap-System! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Ciao, ciao! Prost! Prost! Auf Wiedersehen! cop viele đã... Auf Wiedersehen! исели- ... 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 Untertitelung des ZDF, 2020